Blicken wir noch einmal in die jüngere Vergangenheit zurück. Wie wir hörten, sind Oster 1994 die letzten Dampfzüge auf der Stadtbahn unterwegs. 03204 hat einen D-Zug nach Magdeburg am Haken. Untertitelung des ZDF, 2020 Unter dem Motto Metropol werden drei Tage lang Züge ab und nach Berlin mit Dampfloks bespannt. Auch 011531 ist mit von der Partie. Untertitelung des ZDF, 2020 Fast alle Szenen sind heute nicht mehr machbar. Zum einen hängt der Fahrdraht, zum anderen haben Neubauten das Bild entlang der Stadtbahn grundlegend verändert. Untertitelung des ZDF, 2020 Versorgt werden die Schnellzugloks im Bahnbetriebswerk Lichtenberg. Fünfmal Hochrad zusammen in einem BW. Jeder will sein perfektes Foto haben. Die Kommentare der Fotofreunde sind entsprechend. Nur Blinden und Idioten. Was ist da? Weg da! Komm! 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 Auch 18201 und 01137 sind mit dabei. Mit einem D-Zug aus Frankfurt-Oder müht sich die Dresdner Maschine. Mit einem D-Zug aus Frankfurt-Oder müht sich die Dresdner Maschine zu angehen. Die Schnellfahrlock 18201 ist im D-Zugeinsatz. Am frühen Morgen erreicht sie mit einem Zug den Bahnhof Alexanderplatz. Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Spektakel, das bis heute seinesgleichen sucht. Zug um Zug dampft durch die Stadt. Zu den Höhepunkten zählten die Leistungen vor russischen Weitstreckenwagen. Kreuzung in der Wuhlheide. Ein Zug der Berliner Parkeisenbahn grüßt die Große Eisenbahn. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020